Herzlich Willkommen zu blindtube Hey ho, halli hallo und herzlich willkommen Ja, wir haben heute den 6. Oktober und was soll ich sagen, Leute, was soll ich sagen Wir haben diesmal nicht verpennt Genau, wir haben diesmal nicht verpennt Wir haben diesmal tatsächlich unseren eigenen Kanalgeburtstag nicht verpennt Und ja, wir werden 6 Am 6. Oktober werden wir 6 Zumindest ist der YouTube-Kanal Also sagen wir mal, die Marke Blindtube wird 6 Ja, ja Blindtube an sich wird 6 Und das wollen wir natürlich auch mit euch live feiern Aber nicht heute, weil wir haben uns gedacht, so mitten in der Woche so über die Stränge schlagen Ist jetzt vielleicht bei uns möglich, bei euch aber vielleicht nicht Deswegen hatten wir uns überlegt, das Ganze tatsächlich dann auf Freitag zu verlagern, Livestream mäßig Und da kommen wir dann schon zu einem Punkt, wo wir gerade bei mehreren Kanälen waren Ja, wie ein paar vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir ja zwischendurch mal so leicht angeteasert, dass sich Sachen verändern werden Genau Und der Zeitpunkt scheint uns jetzt am besten Genau, weil wir uns gedacht haben, beginnen wir doch einen neuen Jahresabschnitt im Prinzip damit, dass wir auch direkt Veränderungen umsetzen Wir haben ja schon mal unser Dasein quasi verändert Das war am Anfang der Corona-Pandemie Ich meine, das war 2019, ne? Ja, genau Also wir haben 2019 angefangen mit häufigeren Livestreams Genau Und als dann die ersten Lockdowns kamen, da sind wir dann richtig durchgestartet mit vielen Livestreams hintereinander im Prinzip Genau, das heißt nämlich Oder war das? Egal, ist auch egal Auf jeden Fall Am Anfang der Corona-Pandemie sind wir dann auf Livestreamen größtenteils umgestiegen Und vorher war unser Content eigentlich eher Videocontent Genau Es fand zwar der ein oder andere Livestream statt, aber es war nicht so geplant, wie es jetzt mittlerweile getaktet ist Genau, und jetzt wollen wir im Prinzip wieder zu dem alten mehr oder minder zurückkehren Genau Wir machen zwar immer noch Livestreaming Das Ganze dann jetzt aber auf Twitch Genau Ihr werdet hier dann im Prinzip Ausschnitte von den Livestreams bekommen Ihr werdet auch teilweise volle Livestreams bekommen Im Reupload zum Beispiel die Crime Letters werden noch in voller Stärke Ganz klar hier landen, aber erst im Nachhinein und nicht von vornherein live Richtig, wir haben uns nämlich folgendes überlegt Wir haben jetzt halt ja auch gemerkt Da die Pandemie so ein bisschen jetzt sich beruhigt hat und alles so langsam wieder Richtung normal geht Haben wir uns halt überlegt Ist Livestreaming hier auf YouTube zumindest überhaupt noch Ja, lohnt es sich noch, gucken noch Leute zu Und da haben wir ja die letzte Zeit so eine kleine Testphase gehabt Wir haben ja auf beiden Plattformen gleichzeitig gestreamt Und haben festgestellt, dass die Beteiligung auf YouTube Die Beteiligung um einiges nachgelassen hat Und dafür aber auf Twitch sich eine neue Zuschauerschaft Ja, angesehen hat Interpret hat Genau So, und dann waren wir natürlich jetzt an der Idee Am feilen, wie machen wir das Und haben uns dann entschieden Ja, ganz mit Livestreaming aufzuhören Ist natürlich auch doof für die Leute Die sich da mittlerweile drauf freuen, dran gewöhnt haben Denen das Spaß macht Uns im Livestream zu sehen Aber wir haben halt den Eindruck auf YouTube Wollen die Leute eigentlich lieber Videos von uns Na, wir haben ja jetzt auch wieder stärker Videos hochgeladen Und das hat sich alles Ja, sieht alles danach aus Als würde Videocontent auf YouTube zumindest besser ankommen Äh Ja, als Livestreaming Content Und um die Leute aber trotzdem Ne, damit ihr trotzdem weiter unsere Livestreams genießen könnt Werden wir die jetzt, wie gesagt, auf Twitch machen Also lohnt es sich auf jeden Fall Den Twitch-Kanal vielleicht mal zu besuchen Und vielleicht zumindest ein Follow da zu lassen Damit ihr auch mitbekommt Wanns da auch jetzt richtig losgeht Ja, im Prinzip der Start ist ja jetzt für Freitag geplant Wir machen da halt dann unseren Geburtstag Stream Genau Und werden ab da dann all unseren Live-Content Da gibt's dann auch tatsächlich dann mal mehr Live-Content Als jetzt zuletzt hier Denn, äh, bei Twitch haben wir Die ein oder andere Möglichkeit mehr Auch euch Content zu bieten Ohne dass wir gleich, äh Ja Doppel- und dreifach Arbeit haben Das muss man einfach so sagen Aber wie gesagt, keine Sorge Ihr werdet trotzdem Die meisten Inhalte, die auf Twitch laufen Äh, mitbekommen Halb leider noch nicht in Echtzeit Und eventuell auch in der abgespeckten Version Je nachdem, was es halt ist, ne Also, ähm Viele Themen werden komplett hier, äh, laufen Aber einige werden wir dann nur Highlights rauskarten Und euch dann als Video zur Verfügung stellen Ja Ja, und, äh Ihr habt ja auch schon mitgekriegt Wir haben ja auch im Videobereich, äh Jetzt fleißig, äh Und dazu dann Äh, jetzt noch den Zum Beispiel Für die NFL Game der Analysen Und auch, äh Für die European League of Football Haben wir da jetzt ja auch Uns den Philipp Zugeholt Der tatsächlich Ja, äh, auch dann Mich Ein bisschen Beziehungsweise ein bisschen viel Bei den, äh, Sachen dann unterstützt Die Werdet ihr wie gewohnt auch hier finden Ja, und, äh Aber Äh, jetzt einfach Weil das ja ein bisschen komplizierter jetzt ist Dass Wie läuft das jetzt Was läuft jetzt an Football Für die Leute, die euch live sehen wollen Was läuft an Football jetzt live auf Twitch Also Ich Wir haben jetzt Äh, wir sind jetzt hin Oder wir werden jetzt hingehen Und werden auch die NFL Game Day Analyse wieder live machen Also zumindest für die Leute auf Twitch Werden wir diese, äh Live machen Und, äh, halt auch wenn die European League of Football wieder anfängt Äh, werden wir das halt verbinden Und werden dann einen Sporttag bei Twitch haben Ähm Ja, und Dann Dann Wird es halt Im Prinzip So Wie es ist Erstmal auf YouTube übernommen Und In den meisten Fällen Habe ich ja auch bei den Aufnahmen So gut wie nichts rausgeschnitten Sodass sich im Prinzip Football-technisch Nicht viel ändert Ne Ja, und wir werden halt Auch noch, äh Je nachdem Wie wir es Wie wir es hinkriegen Auch nach und nach Jetzt noch mehr Sport ins Programm nehmen Und, ähm Ja Dann kommen wir zu dem Punkt Nämlich, äh Dass wir Halt auch Wesentlich Freier Und wesentlich öfter Auf Twitch Ja Live streamen werden Gehe ich mal von aus Weil wir da auch Wesentlich mehr Content Umsetzen können Den wir auf YouTube Zwar auch umsetzen können Aber, äh Dann Äh Tatsächlich Den besser als Video-Content bringen Damit Ihr auch nicht Ständig Drei Tage warten müsst Bevor ihr den wieder Abrufen könnt Ne So So ist es ja Im Prinzip Ja Ja Ihr könnt gerne eure Meinung Dazu da lassen Ähm Ich denke Auf dieses Thema Werden wir auch Dann Am Freitag Auf Twitch Gerne nochmal eingehen Wenn Leute von euch Rüber kommen Wir hoffen natürlich Dass einige von euch Die jetzt vielleicht Uns noch nicht Auf Twitch entdeckt haben Ähm Und Spätestens Besuch Genau Uns spätestens da besuchen Ähm Ich glaube Große Barrieren Gibt es da nicht Also Ihr müsst Euch halt Um im Chat zu Äh Agieren Glaube ich halt Einfach nur genauso Anmelden wie hier Auf YouTube Ähm Ja Ja Ihr könnt uns Halt Folgen Das ist Vollkommen kostenlos Äh Was anderes Könnt ihr da Mittlerweile Äh Momentan Auch noch nicht Ähm Äh Abonnieren kann man Uns da noch nicht Äh Genau Das folgen ist völlig kostenlos Also Ändert sich eigentlich Nicht viel Außer die Plattform Und wie gesagt Wer Sowieso kein Interesse An der Livestreaming Geschichte hat Der ist hier weiterhin Gut aufgehoben Und Ja Und Und vor allen Dingen Wird dann Jetzt Dadurch Dass wir das halt Jetzt auch so machen Auch wieder wesentlich Mehr Content Einkommen Weil Zum Beispiel Ich Äh Die Gaming Streams Die ich mache Die Nämlich auch Schön Fein säuberlich Auseinander Für euch Und Verpackt die in Schön kleine Häppchen Also Kleine in Anführungsstrichen Aber Nicht in so Große Vier Stunden Geschichten Die man sich dann Hinterher nicht mehr Angucken möchte Ne Und Ähnlich Werden wir wahrscheinlich Auch mit dem Gaming Mit den Gaming Inhalten von Michelle Dann Verfahren Da müssen wir dann Aber nochmal gucken Wie genau wir da Verfahren Aber da könnt ihr auch gerne Selber eure Meinung Da lassen Wie euch das lieber ist Hättet ihr Lieber das Gameplay Dann quasi Äh Ja In Größeren Stücken Oder Wollt ihr lieber Kleinere Stücke Ja Je nachdem Würde sich das dann Nämlich Angleichen Sag ich mal so Ja Und Und wie gesagt Äh Ne Wir Wir haben jetzt Wirklich Äh Uns das auch nicht Einfach mal eben so Überlegt Diese Überlegung War schon Eigentlich vor Zwei drei Monaten Soweit Nur wir haben Irgendwie Nicht so wirklich Uns Gedanken gemacht Wann wollen wir das tun Wohin Soll uns das Führen Doch wir waren uns Relativ bewusst Dass wir das zusammen Mit dem Geburtstag Irgendwie in Verbindung Bringen Ja Vor drei vier Wochen Aber nicht als wir Angefangen haben Dual zu screenen Ne ne Aber das war ja halt auch Erstmal so eine Testphase Um es auszuloten Äh ja Ist das überhaupt Eine Option Ja Und im Prinzip Muss man auch Wie gesagt dazu sagen Ihr bekommt So wie wir es jetzt halt vorhaben Wesentlich mehr Content Äh Und das sogar in wesentlich Kürzeren Abständen So dass wir Ähm Hier im Prinzip Dann tatsächlich Schon Heute Euch Sagen können Dass es Zum Beispiel heute Sogar ein Äh Doppel Upload Geben wird Wahrscheinlich Äh Je nachdem wie schnell Ich Die ganze Geschichte Geschnitten kriege Ja Und äh Damit War es Das eigentlich auch Zu dem Thema Gibt es sonst noch Irgendwas was in den Letzten zwölf Monaten Passiert ist Michele Was wir vielleicht Noch gar nicht Noch gar nicht So wirklich Realisiert haben Hm Ja Content mäßig Ist ja Äh Geocaching Dazu gekommen Da ist die Frage Wie das jetzt Im Winter aussieht Oder ob das Erst wieder Richtung Frühling Kommen wird Das müssen wir Beide uns noch Überlegen Äh Weil es natürlich Auch früher dunkel wird Und das Äh Könnte Zeitmanagement Technisch Schon Probleme Verursachen Ja Also wie eine Uhr Die dazwischen Plärrt Ja Ähm Genau Also Wir Wir testen Jetzt auch noch mal Zwei Drei Andere Lustige Kleine Sachen Aber Aber vielleicht Aber vielleicht Habt ihr Wie gesagt Auch Fragen Die könnt ihr Ja Hier unten In die Kommentare Schreiben Und dann greifen Und dann greifen wir die Kommentarbox Da könnt ihr Ich hätte ja auch noch einen Glückwunsch Ähm Nö Wieso Aber Aber wenn ihr Aber wenn ihr Definitiv keine Wo wir gerade bei Betteln sind Ähm Betteln möchte ich zwar nicht Aber wenn euch das Was wir hier auf dem Kanal Machen Gefällt Und wenn euch auch die Veränderungen Gefallen Könnt ihr auch gerne Hier abonnieren Und Äh Ja Uns mit Kommentaren Sagen Wie es euch gefallen hat Oder auch Einfach Äh Mit den Bewertungs Daumen Ja Uns eine Tendenz geben Genau Das Wäre Ein Träumchen Würde ich sagen Was ich vielleicht noch Anmerken muss Ist halt Äh Ich weiß noch nicht Wie schnell ich es jetzt Schaffe Äh Sag ich mal Guten Gaming Content Jetzt gerade Zu liefern Weil ich gerade Da so ein bisschen Streit Mit meiner GPU Habe Äh Ähm Aber ich versuche das Problem So schnell wie möglich Aus der Welt zu schaffen Und dann kommt auch Hoffentlich wieder Stabiles Äh Ja Gaming Ja So sieht das aus Stabil und akkurat Ja Genau Und ähm Ja Dann gibt es einfach Nicht mehr viel zu sagen Außer Kommt am Freitag gerne Bei uns Ja und danach Ja und danach auch Ne Danach auch Selbst wenn ihr Freitag Nicht könnt Äh Kommt danach Gerne In unsere Twitch Livestreams Ja Ja Selbst wenn es Freitag nicht geht Aber Uns Würden natürlich Freuen Wenn so viele wie möglich Von euch Anwesend wären Ja Ne So Ich bin auch schon Mega aufgeregt Wie sich die Veränderung Auswirkt Wie das Ganze Angenommen wird Und Ja Dann würde ich sagen An diesem Punkt Ende Gelände Genau Und Wir wünschen euch noch Einen schönen Tag Wie gesagt Ich weiß noch nicht wie Aber Heute denke ich mal Kommen Zwei Videos Entweder das hier vorher Oder das andere vorher Ich weiß noch Ich schau mal Wie ich das hinbekomme Auf jeden Fall Bis dahin Ja Dann muss ich ja jetzt Erstmal zu dir kommen Ne Schönen Tag Äh Ja Ja Doch Ich denke Ja Ich hoffe du hast die Torte Für den Geburtstag gebacken Äh Ne Selbst gebacken Ist sie leider nicht Ja Dann komm ich jetzt zum Essen Tschö Tschö Abonnieren Nicht vergessen Ich schau mal Ich schau mal Ich schau mal